Wir sind auf die Idee gekommen, die Bibeln zu verteilen, weil uns ein zentraler Gottesdienst zu einfallslos erschien. Und dann war es erst die Überlegung, machen wir das mit dem Auto. Das wäre so langweilig gewesen. Dann sind wir aufs Fahrrad gekommen. Jetzt fahren wir alle Gemeinden des Kirchenkreises ab und machen das reihum. Nun sind wir endlich in Quickborn gelandet. Das war ein Stück lang entlang der Chaussee. Also, aber hat Spaß gemacht. Wir als Kirchengemeinde Quickborn-Hastro freuen uns natürlich sehr über die neue übersetzte Luther-Bibel. Auch das alle Kirchengemeinden, die hier im Umkreis kriegen. Weil diese Aktion wunderbar darauf aufmerksam macht, wie sehr das Wort Gottes im Zentrum steht. Und Luther sich darauf berufen kann, sich wieder besonnen hat und das in dem ganzen Reformationsjahr sehr im Mittelpunkt stehen wird. Und im Gottesdienst am folgenden Sonntag werden wir natürlich auch aus der neuen Revisation lesen. Sehr schön. Vielen Dank.